Also die erste Aktion ist die Themenfindung und wir haben da im Büx diesen Gruppenchat, den Raum und im Moment sind Zukunft Glück in München und Europa im Gespräch und als nächsten Schritt wird es eine Abstimmung geben in unserem Infoportal über, da können noch ein paar Vorschläge gemacht werden. Dann, es wären mehrere Möglichkeiten, also jeder kann so viel ins Häkchen setzen, wie er will, wer kein Glück mag, der mag hier tollt alles andere und damit bekommen wir schon mit einer Abstimmung ohne irgendwie Endausscheidung so ein zuverlässiges Meinungsbild und haben wir einmal ein Thema und dann geht's los. Die Fachschaften sollten sich vernetzen, sobald wir ein Thema haben, sprechen sich alle Physiklehrkräfte aller 11. Klassen mal ab, Synergieeffekte, also was haben die anderen für Ideen, für Quellen und so weiter. Vielleicht können wir das in der Fachsitzung machen. Dann legen wir für jede Klasse so eine Taskcard an, das hat sich bewährt und da werden dann immer so diese Themenfelder ganz kurz beschrieben, also Musik, worum geht's, Mathematik, worum geht's, sonst ist es unübersichtlich für unsere SchülerInnen. Die wissen dann nicht, weil jede Lehrkraft irgendwann mal irgendwas sagt und dann können die sich entscheiden. Die Abstimmung erfolgt durch die Klassenleitung. Ich habe da so einen Erst-, Zweit- und sogar Drittwunsch gewollt von meinen SchülerInnen und dann konnte ich dann die Zettel rumschieben. Das Ziel ist, dass wir immer zwei bis vier SchülerInnen pro Fach hinbekommen. Wenn es nur eine Person, das ist dann viel Arbeit für nur eine Person und wenn ein Fach, also wenn die Mathematik zum Beispiel acht Schüler und SchülerInnen bekommt, dann hat die eine Lehrkraft zu viel Arbeit und die anderen haben nichts zu tun und das ist unrund. Also dieses zwei bis vier hat sich bewährt, würde ich jetzt wieder empfehlen. Diese klassenübergreifenden Teams wurde zum Beispiel von Musik gewünscht und das ist grundsätzlich möglich, immer mit den Klassenleitungen absprechen. Müsst zwar ein bisschen umständlich, aber kriegen wir hin. Gut, dann grundsätzlich ist die Wissenschaftswoche kein Referat, also diese Idee ist wissenschaftlichen Arbeitens von der Forschungsfrage zum Ergebnis, zumindest zum Versuch. Dieser Bogen sollte immer da sein. Also ausgehend von der Frage schaut man erst einmal, was ist schon da, ein bisschen einarbeiten in die Theorie, dann macht man irgendwas selber, also vielleicht eine Originalquelle oder ein Physik, ein Referat, ein Experiment, mal schauen, also irgendwie was in Richtung Forschung geht und dann das Ergebnis präsentieren. Eine Masterarbeit ist natürlich auch nicht, ist der erste Kontakt mit aktiv wissenschaftlichen Arbeiten, soll Spaß machen. Dann, sobald ich weiß, welches Team gehört zu mir, dann würde ich schon also weit vor der Wissenschaftswoche mal mit diesem Team sprechen. Und ich würde, weil erst wenn ich die Personen habe, weiß ich, in welche Richtung dieses Projekt laufen könnte, kann man ein paar Themen überlegen oder kann die Schüler mal ansprechen, die sollen sich was überlegen. Damit kann man natürlich auch in der Wissenschaftswoche anfangen, aber gut ist, wenn es da ist. Auch die Lehrkraft soll Material sammeln, also die Schüler und Schülerinnen sollen zwar selber recherchieren, aber nicht mit leerem Blatt anfangen. Ich habe mein Zeug letztes Jahr in so einer Taskart gesammelt, das kann aber jeder machen, wie er will. Und dann hatten die schon mal jede Menge Sachen. Natürlich, Papierbücher sind auch total gewünscht. Dann, Exkursionen werden sehr empfohlen, keine Pflicht, aber die machen Spaß, die sind gut und die sind organisatorisch ein Problem. Also frühzeitig schauen, dass man in der Woche irgendwas hinkriegt und wir müssen den Vertretungsaufwand minimieren. Also wenn ich nur zwei Leute habe und will dann fünf Stunden weg und muss vertreten werden, ist das ein Problem. Hier mein Team, das waren zwei Physik-Teams und ein Geografie-Team. Also ein bisschen zusammenfassen und ich habe einen Zeitpunkt genommen, wo ich nicht vertreten werden musste. Grundsätzlich, hier außerschulische Lernorte, grundsätzlich kann man Schülerinnen und Schüler auch ohne Lehrkraft zum Beispiel in die Bibliothek schicken. Aber eben, da gibt es Spielregeln, die werden auch mal gemacht. Also die betreuende Lehrkraft, die schreibt halt den Eltern und hat einen Überblick, wo sind die genau und wann kommen sie wieder. Also das muss alles abgesprochen werden, das machen wir auch. Aber gerade so, ja, Bibliothek oder irgendwas um die Ecke. Dann, dieses Jahr, 25, ist es die Woche vor den Faschingsferien. Am Montag startet im Plenum und am Freitag Präsentation konkret. Also am Montag ein oder zwei Stunden macht die Klassenleitung und macht so einen Start. Erste oder zweite, die müssen wir auch sprechen. Und vermutlich am Freitag auch nochmal Klassenleitung und dann das Ende. Hier ist dann die Präsentation und hier ist also Klassenleitung, Klassenleitung. Und wenn ich die Klasse hier in Physik habe und hier in Physik habe, dann gehe ich da rein in meine 11a. Ja, so. Und in diesen zwei Stunden bespreche ich mich mit meinem Team und passe auf alle anderen auf. Ja, und schaue, ob die da irgendwas machen oder Blödsinn machen. Und damit sind die natürlich in sämtlichen Stunden beaufsichtigt. Und ich habe theoretisch nur diese zwei Termine beim zweistündigen Fach, aber ich werde ja in Kontakt sein über BixMessenger und die erwischen mich in den Pausen und ich schaue vielleicht in den Freistunden mal vorbei. Also es lohnt sich schon, da mal zumindest sich anzubieten. Wobei es natürlich toll ist, wenn die sehr selbstständig arbeiten. Das findet sich. Genau. Also Grundding, Freiheit und Vertrauen. Ja, auch wenn es weh tut, wir. Das ist noch unter Vorbehalt. Es gibt definierte Anfangs- und Endpunkte. Und ich sage, Ausnahmen sind kein Problem. Wenn ich eine sehr lange Exkursion mache, kann ich am nächsten Tag später anfangen. Das alles mit der Schulleitung vielleicht kurz Bescheid sagen. Und Engagement kann man nicht erzwingen, aber Feedback. Also hier im Zeugnis wird es zwingend etwas geben. Er hat mit sehr großem Engagement teilgenommen. Und dieses sehr großes Engagement sollte eben auch dazu passen, zu dem, wie die sich jetzt... Also wenn kein Engagement da ist, dann muss es drinstehen. Und damit haben wir auch ein bisschen Druck. Es ist schon peinlich, wenn im Zeugnis nur teilgenommen steht. Aber wer in der Woche nur am Handy sitzt und Handyspiele spielt, das muss auch dieses Feedback geben. Not ist bei uns freiwillig. Ich habe es gemacht. Bei mir gab es einen kleinen Leistungsnachweis. Ob das gemacht wird oder nicht, muss natürlich kommuniziert werden. So müssen die vorher wissen. Und ungefähr, was die Kriterien sind. Genau. Ich empfehle, ich hatte es nicht, ich mache es beim nächsten Mal in Meilensteine. Also dass man sagt, so am Montag einlesen. Ja, in die Theorie einlesen und dann Montagmittag Mindmap abgeben. Also so ein Zwischending. Weil sonst lesen die nur eine Dreiviertelstunde und dann sind sie fertig und dann sind sie am Dienstag schon fertig. Und ich empfehle auch dann, also das mit der Forschungsfrage klar zu machen. Und ihr braucht so und so viel wissenschaftliche Quelle und erst am Schluss die eigentliche Arbeit. Aber das ist bei jedem anders. Also wenn jemand von euch sagt, nö, völlige Freiheit, macht was ihr wollt. Das ist, passt, passt. Das ist euer wissenschaftliches Projekt. Dann die Präsentation wird vermutlich, vermutlich kriegt jede Klasse ein Klassenzimmer. Und dann machen die meisten vermutlich einen Poster. Aber natürlich Videos, Vorträge, alles ist drin. Irgendwie muss es präsentiert werden, die sollen reden miteinander. Vermutlich werden wir am Anfang aufbauen und am Schluss abbauen und dazwischen dann können die rumgehen. Also da muss immer einer vom Team beim Poster stehen, Poster drauf nie alleine sein. Und die anderen vom Team dürfen rumgehen und sich die anderen Poster anschauen. Also das ist so, hat sich bewährt, hat Spaß gemacht. Dann, so, die Abstimmung vom letzten Jahr hat sich bewährt, machen wir. Es gibt wieder einen Sieger. Ja, die Sieger sollten vielleicht zur Schulleitung und gefeiert werden. Das haben wir nicht gemacht. Das wäre schön. Es haben andere Schulen, hatten das auf der Schulhomepage. Wer hat gewonnen? Wer hat die tollste Vivo? Was wir nicht gemacht haben, dass vielleicht die Lehrkräfte gesondert abstimmen, ja. Und auch denen so ein Feedback geben, ist das jetzt 1er, 2er oder 3er Dings. Und was wir dieses Jahr hinkriegen können, wäre vielleicht Programmheft. Welches Thema ist in welchem Raum, so ein bisschen transparenter machen. Auch Dienstpläne, wer steht wann an seinem Poster. Also, dass man weiß, wer ist gerade nicht besonders engagiert, wenn er keiner ist. Damit wir ein bisschen mehr Feedback geben können. Und mehr Klassen rein. Dass zum Beispiel alle zehnten Klassen mal in der dritten Stunde sich es anschauen können. Alle achten Klassen in der vierten Stunde und so weiter. Dann ist da Bewegung. Die ganzen viele von der Schule kriegen mit, was da läuft. Und sechste Stunde aufräumen. Also, die Details kommen alle noch. Wir haben noch Zeit. Aber so in die Richtung ist zumindest mein Vorschlag. Bin gespannt auf eure Vorschläge. Okay, dann, das ist mir wichtig. Da waren wir letztes Mal nicht so gut. Und zwar, vor der Wissenschaftswoche sollten wir dieses wissenschaftliche Arbeiten mal genauer besprechen. Also, Ziel, wir haben, also wir machen das vor der Wissenschaftswoche. Und wir machen das vielleicht jedes Jahr gleich. Diese Module des wissenschaftlichen Arbeitens. Dann haben wir nicht so viel Arbeit. Und unsere Schüler werden besser. Es geht darum, dass die Lehrkräfte nicht jedes Jahr das ein Jahr neu erfinden müssen. Und ich erkläre mal, welche Module ich mir überlegt habe. Und die besprechen dann in der Fachleiterkonferenz genauer. Zum Beispiel wissen die oft nicht, was passiert an der Uni. Wie läuft es? Was ist Review-Prozess? Und wie läuft ein Paper? Und was macht ein Prof? Und was ist Habilitieren? Da wäre natürlich eine Exkursion vor der Vivo drin. Fach, vielleicht Englisch, vielleicht, weiß ich nicht. Das müssen wir noch besprechen. Wer macht was? Und wie ist es aufgebaut? Also, von der Frage bis zum Ende dann. Die Quellenarbeit. Weiß ich nicht, ob das Germanisten machen können. Also, was ist Google Scholar? Das ist ein Buch. Wo kriege ich das Buch her? Die Bibliothek. Wie läuft es? Und zitieren Copyright. Also, mein Vorschlag ist, dass wir uns am AWG an dieses APA, an diese APA-Richtlinien halten. Dann macht jeder gleich. Das ist einfach leichter. Und digitale Werkzeuge machen vielleicht Informatik. Also, viele wussten bei meinem W-Seminar nicht, dass Word auch die Quellenangaben automatisch machen kann. Bei Postern wird immer noch geklebt und gebastelt. Ich empfehle, das digital zu verlangen. Es ist schwer. Aber wenn ihr mal draußen seid, in der Uni klebt mir nichts mehr. Außer jetzt natürlich in der Kunst. Ja, klar, logisch. Oder auch Online-Umfrage zu machen. Und dann, wir Mathematikerinnen, wir sollten hier Korrelation, Standardweichen, Signifikanz. Also, so Begriffe sollte eigentlich jeder in der 11. Klasse beherrschen, damit umgehen können. Das ist einfach das Allgemeinwissen, das man in jedem Studium braucht. Und so weiter. Also, Populismus erkennen. Ich weiß nicht. Philosophie. Wer war Popper? Präsentieren. Wie mache ich das? Ja, was ist ein gutes Referat? Was ist ein gutes Poster? Selbstorganisation. Wie mache ich mir einen Zeitplan? Mit welchem Tool? Wissenschaftliches Schreiben. Wie schreibt man einen Text? Vielleicht exemplarisch mal eine halbe Seite. Ich weiß nicht. Wir müssen besprechen, wer macht das? Machen das die Germanisten? Macht das vielleicht Ethik, Religion? Das sind alles noch so Sachen. Gut, ein großes Brett, das wir hier bohren. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Letztes Jahr war alles ein bisschen chaotisch, aber Umfrage, es hat Spaß gemacht. Und das ist das größte Ziel. Also, wenn unsere Schülerinnen und Schüler am Ende der Woche sagen, doch, lustig war es und ich habe was gelernt, dann können wir einen Haken dran setzen. Dann waren wir alle gemeinsam erfolgreich.